Hallo zusammen, jetzt geht es weiter mit unserem M3 Neuaufbau. Allzu oft muss man eine Lenksäule auch nicht ausbauen. Wir bauen sie jetzt eigentlich auch nur aus dem Grund aus, weil wir einfach hier die Blinkerhebel übernehmen wollen und unter anderem auch das Lenkrad, das abgeändert ist. Dann haben wir einfach gesagt, wir tauschen jetzt die ganze Säule aus. Natürlich auch hier drüben, das Lenkschloss ist hier auch mit drin. Also dann kann man sich das alles sparen, um einzeln alles umzubauen. Und jetzt können wir einfach mal zeigen, was eigentlich an so einer Lenksäule alles dranhängt, vor allem an was die Elektrik angeht. Da haben wir nämlich hier drüben einfach mal das normale Zündschloss hier. Der Schlüssel steckt da auch noch drinnen. Und hier hat man jetzt eine Menge an Kabeln. Geht doch mal das so rüber, dass man die Kabel von der Seite sehen kann. Genau, noch ein bisschen weiter. Jetzt kann man es gut sehen. Genau, also ein schwarzes Kabel hier drüben, das hast du ja schon angehalten. Das hier. Das ist nämlich das von dem Zündanlassschalter hier an der Stelle. Dann hast du noch mal ein dickes, schwarzes Kabel mit dem großen Stecker. Das wird das hier sein, meinst du was? Ja, genau, das ist das hier. Das geht rüber zum Wischer, zum Wischerschalter. Und dann haben wir noch ein paar andere Kabel. Dieses dicke weiße zum Beispiel, das müsste zum Blinker rüber gehen. Das geht zum Blinker, ja. Ja, das ist das Blinkerkabel. Und dann haben wir, was haben wir denn noch? Da, kleine schwarze ist es dann noch. Das, was du ja vorher gehabt hast, das kleine dünne. Ah, das hier auch noch, ja. Genau, das geht nämlich zur Wegfahrschwerde. Ach, Wegfahrschwerde, ja. Genau, also das ist jetzt noch eingebaut im Auto. Aber nur, dass man jetzt mal einen Überblick hat, was an so einer Lenksäule an Elektrik verbaut ist. Das sind jetzt mal die ersten Komponente. Der Schleifring. Das ist der Schleifring hier hinten. Den kann man auch abstecken, wenn man den Schleifring tauschen will. Das heißt, das ist hier an dem weißen Stecker zusammengesteckt, hier an der Stelle. Und wenn man es natürlich komplett ausbaut, in einem Stück muss man das jetzt gar nicht trennen. Aber hier hat man noch diesen orangenen Stecker. Der geht dann auch wieder zum Kabelraum, Kabelbaumrand vom ganzen Auto. Die muss man auch abstecken, sonst kriegt man die Lenksäule nämlich nicht raus. Also, wenn man die Säule mal komplett tauschen will, das sind die einzelnen Steckerkomponenten, die man vorher trennen muss. Ist eigentlich gar nicht so viel. Das sind auch relativ große Stecker, nur eben eine kleine schwarze von der Wegfahrsperre. Die ist aber auch gleich neben der Lenksäule verbaut. Kann man auch gleich finden. Ja, und dann hat man einfach noch die Befestigungspunkte. Das sind eigentlich auch nur hier unten zwei Schrauben. Also, zwei Muttern. Weil die Gewinde sind in der Karosserie drin. Eine hier oben, eine hier unten. Und dann unten einfach noch direkt am Lenkgetriebe oder auch hier oben. Kann man sie trennen, wie man will. Kann man sich selber entscheiden, wo man sie dann trennt. Und dann kann man die Lenksäule eigentlich rausnehmen, bevor man aber das macht, muss man hier oben noch. Genau gut, dass du es schon mal rüberdrehst. Diese Schrauben herausmachen, das ist nämlich auch das meiste Problem immer. Das sind nämlich so Abreißschrauben. Die muss man nämlich aufmeißeln. Und um die ranzukommen, muss man unten herum die ganze Verkleidung erstmal alles ausbauen. Und da muss man von unten her... Ach, von unten? Ja, leider von unten her nicht von oben. Da oben ist nämlich jetzt dann eigentlich nur das Gegenstück. Genau, da ist nämlich dann das Gewinde drin. Und die Schrauben kommen dann von unten her rein. Und wenn du es ein bisschen schräg drehst, dann drehst du es nochmal. Vielleicht kann man es ein bisschen sehen. Ja, ein bisschen weiter noch. Genau, an der Stelle hier, von der Seite, kommt dann die Schraube rein. Und die ist dann eben eine Abreißschraube. Und die muss man aufmeißeln. Das ist eigentlich das größte Theater, was man beim Ausbauen der Lenksäule eigentlich hat. Ja, man kann natürlich vorher das Lenker noch abnehmen, wenn man will. Das ist nur eine Schraube hier vorne. Da muss man also nur vorher den Airbag runter machen, der hier hinten wieder dran sitzt. Mit diesen kleinen Schrauben hier. Moment, da. Das sind, glaube ich, so Torx-Schrauben müssten die sein. Dann kann man den Airbag natürlich auch abnehmen. Ganz wichtig, bevor man natürlich solche Arbeiten macht, immer zuerst die Batterie abklemmen. Ja, jetzt haben wir mal erst mal gezeigt, was man für den Ausbau machen muss. Und jetzt bauen wir das bei unserem M3 aus, damit man sieht, wie die Lenksäule herauskommt. Ja, hier ist noch das Ende von der Lenksäule zu sehen. Beim M3, da ist es jetzt noch eingebaut. Da bauen wir es jetzt gleich aus. Du bist schon am Demontieren der letzten Teile. Ja, jetzt ist auch fast schon ausgebaut. Du kannst es schon ein bisschen bewegen. Also zumindest hier an der Stelle ist es schon beweglich. Da unten zeigen wir jetzt auch gleich, woran es jetzt noch hakt. Ist nämlich auch keine große Sache, das hier frei zu bekommen. Und dazu gehen wir jetzt in den Innenraum vom Auto. So, alle Stecker, die man trennen muss, befinden sich jetzt hier an der Lenksäule. Ja, da kann man auch diese Halterung abnehmen, die ist, wo es in Plastik rüber gesteckt, hier so eine halbmondfümige. Und jetzt kann man also die Stecker alle abziehen, sind hier drei Stück dran. Ich habe die vorher schon aufgemacht. Ja, sonst hätte man nämlich jetzt nicht so leicht abnehmen können, weil die doch nach so vielen Jahren richtig zusammenkleben. Da ist noch von der Wegfahrsperre ein Stecker. Ja, die Wegfahrsperre befindet sich eben hier oben. Das kann man jetzt ganz gut sehen, weil jetzt das Amateur mit ausgebaut ist. Dieses kleine schwarze Kästchen ist die Wegfahrsperre. Und das ist der kleine Stecker von der Lecksäule, den wir vorhin schon gesagt haben. Und dann haben wir noch dieses gelbe Kabel. Das kommt dann hier unten ran. Das kann man dann, wenn man die untere Abdeckung hier raus gemacht hat, hier im unteren Bereich des Lenkrads, ist einfach nur der orange Stecker. Dann kann man auch das gelbe Kabel abnehmen. Und diese Abdeckung ist einfach nur mit unten hier eine ganz kleine, so eine kleine Plastikschraube festgemacht. Und dann kann man die auch dann, ich glaube auf der Stelle da drüben ist diese kleine Befestigung. Dann kann man die Abdeckung nach unten rausnehmen, orangen Stecker abziehen und dann hat man die ganzen Anschluss und Elektrik abgebaut. Und das Gaspedal muss man auch trennen mit dem Seilzug hier. Das ist eben hier noch verbunden, genau, das werden wir auch noch ausbauen. Und dann hat man noch hier unten, ich glaube, ich kann mit der Kamera bleiben, frei gehen. Ja, es geht schon. Dann hat man nur noch hier drüben, hat man noch zwei Muttern. Aber da gehen wir jetzt erst einmal rein, also genau neben dem Rohr, wenn wir ein bisschen mehr Licht haben, dann kann man es besser zeigen, wenn wir es jetzt gleich ausbauen. Also ich habe jetzt die zwei Muttern schon gelöst und jetzt mache ich am besten jetzt hier den Gaszug raus. Der ist hier eingehängt, ja? Muss man jetzt ihn verdrehen. Ja, und da ist so eine kleine Gummitülle drauf. Und der muss ja dann auch wieder umgebaut werden in eine neue Karosse. Das ist ja ganz gut, dass der schon ausgehängt ist. Dann habe ich hier noch das Gaspedal getrennt von der Lenksäule. Das war mit so einer Metallklammer festgemacht. Wo ist denn die eingehängt? Da an? An den Bolzen hier. Ah, seitlich hier? Da hinten an der Stelle hinten. Das sieht man jetzt schlechthin. Die beiden kann ich jetzt auch trennen. Ja, genau. Jetzt haben wir den Hebel einzeln und das Gaspedal bleibt im Auto noch drin. Gut, jetzt kannst du das Gaspedal hier hin und her belegen. Und es ist auch noch festgemacht. Irgendwie hast du es geklammert unten. Ah, da müssen wir wahrscheinlich erst noch aufmachen, oder? Das müssen wir später noch machen. Ja. Aber die Lenksäule ist jetzt nicht mehr verbunden im Gaspedal. Das ist die Mutter, die zweite. Das war's. Jetzt ist die Lenksäule draußen. Aber ich gehe mal ein bisschen hinter, ob man das rausziehen kann. Vorsicht, da hängt noch der Rest von der Flucht vorne. Jetzt müsst ihr eigentlich die Lenksäule zum Durchziehen gehen. Ich hole sie ein bisschen fest. Gut. Und hast du sie dann bekommen, ja? Ja, du hast sie schon auch in der Hand. Ja, also, das ist jetzt natürlich hier ganz einfach gewesen, weil einfach nichts mehr drin war, was das Armaturenbrett angeht. Und dann können wir jetzt eigentlich diese Lenksäule dann schon mal vorbereiten für den Einbau in das Coupé. Das Gaspedal werden wir jetzt auch gleich rausnehmen. Das ist auch unten in meinem Wagenboden mit so einem Mechanismus eingehängt. Das sind überall so kleine Nasen. Jetzt müssen die unten wahrscheinlich mit dem flachen Schrauben hier ein bisschen die Nase raushebeln. Super. Genau, und jetzt kannst du es auch mal drehen, dass man auch den Mechanismus zeigt. Hier hinten, das, was du gerade jetzt reingesteckt hast, ist nämlich die Sicherung. So ist das Zug. Genau, so ist es schön verankert. Genau, in der Mitte nämlich. Und jetzt muss man von der anderen Seite, wenn es eingebaut ist, diesen Hebel eigentlich nach hinten ziehen oder hinten drücken am besten mit dem langen Schraubenzieher. So geht es jetzt natürlich auch gut. Dann ist die mittlere Verankerung draußen und die zwei vorderen Nasen, die ist nochmal auf die andere Seite rum. Die sind einfach hier, nur sieht man, mit dem flachen Schraubenzieher ein bisschen nach hinten zu drücken, zu uns her. Dann kann man das Gaspedal rausziehen. Das kommt rein und hier unten haben wir noch diesen, ja, diesen Anschlag, den vom Gaspedal, der ist auch nur reingeschraubt in die Karosserie. Den kann man auch so wieder weiterverwenden, der kommt dann in die Karosserie rein. Ja, und jetzt sieht es hier unten schon wieder ein bisschen leerer aus. So, der Gaszug wird dann mit der Zange zusammengedrückt. Das ist diese Plastikführung, also die kleine Buchse. Und rausgehängt. Ja, also die ist also nur reingesteckt. Jetzt gehe ich von der anderen Seite rein, dann kann ich den reich rausziehen. Jetzt ist der Gaszug zum rausnehmen. Man sieht hier, das ist so eine kleine Plastikvorrichtung, die hier einfach diese Nasen zusammengedrückt werden müssen mit der Zange. Und dann kann man den rausnehmen. So, du ziehst, du pustest ein bisschen zu mir durch. Ziehen das, ich habe mich schon, das war das letzte Stück schon. Ja, Gaszug ist ausgebaut und kommt auch gleich in die Karosserie rein. Den Anschlag vom Gaspedal können wir jetzt in die Karosserie einbauen. Der hat unten so eine kleine Schraube zum Einstellen der Länge. Das kann man dann natürlich erst genau einstellen, wenn der Motor auch erst wieder läuft. Je nachdem, wie weit das Gaspedal nach unten gedrückt werden kann. Und hier unten ist das Gewinde dazu. Das drehen wir jetzt einfach mal rein und nun nicht ganz hundertprozentig fest. Bis die Schraube jetzt ist, genau, jetzt stoppt, das reicht schon. Nur jetzt hat sich das untere Teil an die Position ungefähr angelegt, wo es vorher auch eingestellt war. So, als nächstes kann ich hier das Gaspedal einhängen. Das wird reingesteckt und verriegelt. Und hier kommt der Gaszug rein. Bevor es jetzt mit dem Einbau von dem M3-Lenkrad und der Lenksäule weiter geht, geht es jetzt aber erst mal in den Kabelbaum. Denn die Lenksäule kommt erst dann rein, wenn der Kabelbaum eingebaut ist. Den Ausbau von dem Kabelbaum beginnen wir hinten. Da muss ja auch später eh noch die Heckklappe umgebaut werden. Und um da anzufangen, haben wir erst mal den Kabelbaum in der Heckklappe abgebaut. Das war noch einfach. Das war noch, ja, das ist jetzt noch relativ überschaubar, was da alles einen erwartet. Du kannst mal zeigen, wo die Anschlüsse davon eigentlich überall sind in der Heckklappe. Das ist jetzt der Kabelbaum, der jetzt also nach innen weiter geht. Nur dieses Stück hier. Der war hier befestigt. An der Seite, die im Seitenwand. Ja, da kommt er hier raus. Okay, und jetzt geht er hier in die Heckklappe rein. Das war zum Schluss. Ich habe auch alles beschriftet, damit ich später weiß, wo was hingehört. Der läuft dann also hier innen wahrscheinlich durch diese Öffnung hier durch, gell? An der Stelle. Innen rein. Innen rein. Dann kommt er hier raus. Okay, an der Stelle. Dann ist hier irgendwo ein Zweistecker. Sind das hier, gell? Ein Zweistecker vom Schloss. Also von einem Steuergerät? Ja, das ist das ZV-Schloss, das Design von der Zentralverriegelung. Dann war hier noch ein Stecker von diesem Kühler. Ja, genau, das ist für das Licht hinten, Komfortbeleuchtung. Und dann waren noch zwei Stecker von dem Kennzeichenleuchter. Ah ja, das sind also von hier aus, die hast du von innen auch abnehmen können. Die Leiste habe ich abgebaut. Also doch von außen, ja. Ja, und dann die Stecker abgemacht. Okay, es sind bloß die vier Schrauben und dann kann man die auch abziehen, okay. Ja. Und ist das gar nicht mehr, was du jetzt haben gehabt hast? Das war alles von der Heckklappe. Ja, genau, also dann ist das auf jeden Fall hier die zwei Stecker von der ZV-Stellmotor, die Beleuchtung und das andere ist alles mechanisch schlossen und so weiter. Also so viel ist das gar nicht. Nee, aber jetzt kommt die Herausforderung. Ja, wo geht's jetzt weiter? Also hier beim Verstärker vom Radio. Geh mal da rein hier, so. Das werde ich auch alles beschriften. Und dann geht's hier mit der Hutablage weiter und weiter nach vorne. Ja, also dann einfach in dieser Strippe entlang. Ja, man sieht's ja, hier geht's durch, an der Stelle. Ist auf der anderen Seite auch noch irgendwas verbraucht, was Kabel angeht? Wahrscheinlich. Ein Stecker von der Tankklappe. Ja. Also von, wahrscheinlich vom Steuergerät. Ja, von hier seitlich, meinst du, warte? Ja, das ist dann auch wieder von der ZV-Stellmotor. Das ist der hier wieder, ja? Das ist der kleine? Ja, und von der Heckleuchte hier rechts. Also das heißt, in diese Richtung von hier, es wäre sozusagen der entfernteste Kabelstrang, der geht also von der Heckleuchte hier los, rechts, und dann geht er hier rüber. Wahrscheinlich hier unterhalb von dieser Blende, die normalerweise verbaut ist. Ja, die war jetzt weg, aber wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass das so eingebaut wird. Ja, genau, das ist so eine Kunststoffabdeckung. Dann geht er hier rüber, dann hier entlang, bloß hier befestigt, und dann eben hier direkt zum, ja, Richtung Verstärker, unten durch, und hinten sieht man noch, sind noch ein paar kleine Massepunkte, die kommen natürlich dann später auch noch weg, und von hier aus verzweigt es sich dann auch wieder unter der Hutauflage, zu den Lautsprechern, weil mehr ist es ja nicht, da sieht man noch ein Stück, es ist ein bisschen verstaucht, aber man sieht, hier geht noch ein Stück hier rüber. Ja, bis zu dem dritten Bremslicht auch. Also so schlimm ist es bis jetzt im Heckbereich nicht, kann man sich einigermaßen sogar noch merken. Ja, am schlimmsten ist es unter dem Amatonbrett, das wird eine richtige Herausforderung sein. Ja, genau, das ist dann das Letzte, was wir noch machen, aber jetzt gehen wir erstmal, dass wir hier sozusagen den ganzen Strang an der Stelle erstmal durchbekommen, Richtung Innenraum. Die Hutablage ist jetzt befreit von den ganzen Kabeln, und jetzt kann der Kabelsatz hier durch diese Lücke durchgezogen werden. Auch hier wieder aufpassen, dass man nicht irgendwas aufscheuert. Da sind ein paar größere Stecker auch mit dabei. Da kommt eben auch die Anrufe von der Heckscheibe mit dazu, ganz wichtig. Und eben am besten hier, wie wir es jetzt so sehen, eine kleine Bemerkung machen, wo was hingehört. Das ist das gleich in den Heckklappen, dass der Rest kommt. Das ist das jetzt hier schon. Ja, das war das Ende. Eine Heckklappe. Das war's, glaube ich. War das das letzte Stück jetzt? Das war das. Ja, also hier schon mal, sieht es jetzt so aus momentan. Also, der Bereich, ja, also ab hier hat es jetzt sozusagen der Kamelbaum ausgebaut. Auch hier drüben, wo normalerweise der Lautsprecher-Kabelbaum geht, da drüben sehe ich noch ein paar Leitungen. Die, die gelben, die gehen hier zu uns rüber. Sie ist an der Stelle, die gehen dann hier zur Mitte rüber. Also, der vertreibt sich dann auch von hier. Das ist alles schon mal draußen. Und es geht weiter, in welche Richtung? Hier, glaube ich, da wieder raus. Genau, hier. Hier geht er weiter. Der linken Seite, ja. Und dann hier unten durch. Und dann eben nach vorne. Ja, wobei wir eben schon gesagt haben, eventuell trennen wir den hinteren auch auseinander. Das könnte man theoretisch auch machen. Oder wir lassen ihn zusammen. Das werden wir nachher nochmal in Ruhe anschauen, was sinnvoller ist. Weil da müsste nämlich auch der ganze Pack eben hier auch vorne durch die kleine Öffnung durch. Aber schauen wir uns nochmal an und dann erscheinen wir uns. Der Dachhimmel ist jetzt dran. Wir bauen den Dachhimmel jetzt auch noch aus. Wäre zu schade, den in dem kaputten M3 drin zu lassen. Ja, und vor allem jetzt wegen dem Kabelbaum. Weil, wie man sieht, geht dieser Kabelbaum auch unter dem Dachhimmel, verläuft er entlang. Ja, zur Beleuchtung, da ist noch was angeschlossen. Für den Schminkspiegel hier, für die Sonnenblende. Also muss sowieso der Dachhimmel eigentlich auch herabgenommen werden. Ja, also mindestens an drei Stellen hier bei dir auch, ist er noch befestigt. Hinten ist, glaube ich, schon alles draußen. Ja, an der Stelle. Alles draußen, ja. Da ist keine Elektrik mehr. Ja, also jetzt noch den Dachhimmel raus. Aber dann kannst du auch schon mal zeigen, was du in der Zwischenzeit hier hinten eigentlich schon alles gemacht hast. Ja, das war schon jede Menge. Genau, ich habe den Kabelbaum hier rausgeholt von der Hinterachse. An der Stelle, gell, da geht es zur Hinterachse runter. Da sind ja auch nicht mehr viele Kabel dran. Das sind eigentlich nur noch hier die paar Stecker. Das war eigentlich nur das hier, das war vom Differenzial. Genau, das ist für den Tacho. Ja. Dann war das hier von der Bremse, vom Bremsfühler. Und vor allem hier zwei ABS-Sensoren. Die gehen auch durch dieses Loch durch? Genau, die habe ich rausgeholt schon vorher. Ja, genau, das sind die ABS-Sensoren. Hier sieht man auch die Stecker dazu. Genau, die waren auch hier mit drin. Durch diese Öffnung. Die kann man ja auseinander machen. Haben wir in einem anderen Video schon mal gezeigt, dass man diesen Ring einfach wegdrücken kann. Und dann kann man die seitlich durchführen durch diese Führung. Und die laufen halt durch das ganze Auto durch, durch dieses Loch durch, bis in den Motorraum. Also bis da durchkommt, wo du es eh schon rausgetan hast. Also dann ist eigentlich auf der rechten Seite eigentlich alles schon zum Herausnehmen da. Das müsste eigentlich jetzt schon, wenn man daran ziehen würde, rausgehen. Aber hier drüben ist er noch an einer Stelle irgendwo angeheckt. Der linke Kabel, der dicke, der geht sogar mit durch das Loch hier durch. Na ja, dann wäre es gar kein Thema. Ich dachte, der wäre noch befestigt. Aber dann könnte man ihn eigentlich auch schon hier zu uns nach innen durchziehen. Also es wird jetzt nicht mal lange dauern. Dann werden wir anfangen, den Kabelbaum durchzuziehen durch das kleine Loch hier drin bei uns. Da war noch dieser Stecker. Der ist hier durch diese Öffnung durchgegangen hier bis zu der Türe. Das ist für den Kabelbaum, der wird zusammengesteckt. Die waren zusammen, die habe ich abgeschraubt und abgesteckt. Ja, also das ist alles getrennt, die Türe auch. Ja, jetzt geht es auf der linken Seite dann weiter. Hier drüben sind noch ein paar große Sachen, die haben wir vorsichtshalber jetzt natürlich erstmal draufgelassen. Die werden wir jetzt erst dann abstecken, wenn wir dann auch gleich anfangen, den Sicherungskasten auszubauen. Der sitzt ja noch innen drin an der Spritzwand. Hier sieht man nur noch die Abdeckung. Das wird jetzt auch gleich weggenommen. Dann sind es, glaube ich, vier Schrauben, waren es, glaube ich, zum Abbauen vom Sicherungskasten. Und die ganzen Steuergeräte hier, da waren die, die sind auch jetzt draußen. Das waren diese Stecker hier, diese bunten Stecker. Ja, okay, du weißt jetzt genau, wo was hingehört, hast du auch Markierung gemacht. Also wahrscheinlich beim Vorderen ist es jetzt nicht schwer, aber hinten zumindest hast du jede Menge Markierung gemacht. Hier sieht man ja die ganzen gelben Zettelchen, wo was rankommt. Ja, damit wir nicht durcheinander kommen. Und deswegen muss es auch schnell gehen. Das heißt, man darf es jetzt nicht allzu viel Zeit lassen mit dem Umbau. Ausbauen und gleich wieder einbauen. Genau, das ist das Einfachste. Sonst kommt man am Schluss irgendwann mal durcheinander oder vergisst einen Teil davon. Auch hier oben zum Beispiel wird auch noch gleich abgeschraubt. Die paar kleinen Plastikmuttern, dann wo hier das Steuergeld von der Wegversperrer dran ist, wird einfach abgesteckt. Und dann noch unten die Fußstütze raus. Aber dann geht's los, dann ziehen wir mal fleißig an den Strippen. Und ich hoffe, das geht dann mit einem Zug, ja. Man sieht ja, unten sieht man von Radio noch die ganzen Leitungen, in einem Zug alles durch. Dazu werden jetzt noch hier noch die kleinen Kabelbänder aufgemacht. Die gehen zum Glück teilweise recht gut raus. Die kann man teilweise wiederverwenden. Und wir haben auch schon ein paar Tipps bekommen, was man anstelle von den Originalen hernehmen kann. Diese Halterung gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten. Aber wir versuchen natürlich so viel möglich zu retten, dass man gar nicht zu viele Teile bestellen muss. Gut, dann weiter geht's. Ja, okay. Ja, es sieht jetzt natürlich richtig schön ungemütlich aus hier im Innenraum. Da kann man erstmal durchgehen, was jetzt hier alles an Kabeln jetzt schon von der Krosserie befreit ist. Ja, die sind alle jetzt schon befreit. Jetzt gibt es nur noch da vorne ein Stück, ja? Ja, genau. Der Sicherungskasten, den habe ich abgeschraubt. Der war mit vier Schrauben hier befestigt. Schlüssel weiter sieben. Und jetzt kann man den Richtung Motorraum durchstecken mit dem ganzen Kabelbaum. Ja, ich sehe, der bewegt sich. Man kann es auch von hier aus gut sehen. Da kannst du ein bisschen rein... Ja, da sieht man auch die anderen Stecker. Die gehen auch schon Richtung Motor. Ja. Also, das heißt, es kann losgehen? Ja. Ich werde heute noch vom Kabelbaum drauf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also wenn man sich das nochmal hier anschaut. Ja, da drüben all die Stecker, alles abgesteckt. Das muss ja jetzt alles lose sein, sonst kommt man eben nicht durch diese kleine Öffnung hier durch. Und du hast auch nochmal alles hier gemerkt, beschriftet, sieht man auch hier nochmal Beschriftung gemacht. Diese Stelle kommen, wie alle, jetzt vom Verstecker, vom Blinker und von der Bremse. Muss jetzt hier noch durchgesteckt werden. Ah ja, da ist noch eine Öffnung. Ich schaue mal, vielleicht ziehe ich die ja von innen einigermaßen. Ja, doch. Es ist sogar ganz frei, da oben an der Abdeckung. Lässt sich auch schön durchziehen. An der Stelle ist jetzt etwas Größeres, da musst du ein bisschen warten, da hilft ja gleich. Da ist ein... Ja, da kommst du jetzt nicht durch. Aber das war jetzt der, auf der rechten Seite das letzte Stück, das musst du zu mir rein tun, ja? Genau, das musst du mir rein tun. Ah, okay, dann geht's, ja, das geht noch, da hast du noch Platz, okay. Ja, das ist was? Ja, ja, da ist es. Ich dachte, du musst noch was zu dir reinziehen, aber jetzt geht's weiter, ja, läuft schon. Das letzte Stück. Vom letzten Stück her? Ja, das sind die ganz vorne. Das sind die wahrscheinlich von der Waschwasser, von den Düsen, von den überheizten Waschwasserdüsen. Gut. Gut, also das muss jetzt aber auch dann hier mit dem ganzen Kabelbaum da drüben auch wieder raus. Ja, und dann ist das gleich wieder alles in das neue Kopie, in die neue Karosse wieder einbauen. Ich komme jetzt dann mal rüber und helfe der Baum rausziehen. Es geht los. Wir probieren jetzt, den Kabelbaum hier durchzubekommen. Mit einer Hand versuche ich ein bisschen mitzumachen. Damit man sieht, was da alles, alles dran hängt. Und jetzt sehe ich schon hier zum Beispiel an meiner Stelle, muss ich schon ein bisschen nachrücken hier, genauso hier hinten. Deswegen müssen wir jetzt kurz das Filmen auch ein bisschen unterbrechen, weil hier an der Stelle hängt ja noch der Kabelbaum. Die müssen wir noch ein bisschen rausbekommen. Und dann erst können wir den Kabelbaum hier, sieht es wohl hier spannend, wieder weiter vorziehen. Sonst würde man jetzt hier irgendwo etwas abreißen. Weiter geht's mit unserem Kabelbaum. Ich muss jetzt wieder hier zusammendrücken. Vorsicht, jetzt wird es ziemlich eng. Da muss erst dieses Gehäuse hier durchbekommen. Und jetzt kommt eine ganze Menge langsam. Da kommt eine ganze Menge jetzt. Lauter, schön stecker. Da ist noch ein kleiner weißer. So, jetzt kommt wieder der Pulk für sie nach. Das geht wieder ein bisschen leichter. Stopp. Ich schaue wieder, dass nichts hängen bleibt an der Stelle. Ah, das ist nur auf der rechten Seite, das ist wirklich nicht mehr viel. Nur noch ein leichter Kabel verlaht. Und hier drüben, an der Stelle, sieht man, es geht jetzt bis hier hinter. Das ist das Ende jetzt. Das heißt, man kann sich ein kleinginig ziehen, ja. Aber jetzt stoppt. Jetzt kommt der riesengroße Kasten, da muss ich jetzt wieder aufhören zu filmen. Und das letzte Stück kommt durch. Jawohl, Kabelbaum ist draußen. Man kann da mal jetzt hier einen Blick reinwerfen. Das Auto ist leer. Ja, es ist nichts mehr da. Kein Kabel mehr. Ach, der Dachhimmel ist nicht da. Der einzige. Dachhimmel, ja. Und hier drüben noch ein Fensterhebermotor. Gut, das ist von einer kaputten Tür. Das ist uns egal, die ist ja getauscht. Ja, aber es ist jetzt alles, was Elektrik angeht, ausgebaut. Die Karosse ist eigentlich schwer. Ach, da haben wir noch einen kleinen Teil vergessen. Ein Steuerglied. Ein Airbag ist es noch. Aber das war es dann auch. Jetzt wird der Kabelbaum eingebaut in das neue Auto. Und das ist jetzt schwerer, finde ich, als der Ausbau. Ja, dazu muss ich jetzt auch immer wieder ein klein wenig hier nachhelfen. Sonst blockiert hier natürlich das ganze Gewirr hier irgendwann einmal. Ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen hier unten abgedeckt, zumindest hier. Bei dir im Innenraum auch. So, hier etwas Großes, Schweres. Ja. Man sieht, das meiste ist noch draußen. Das ist die Kehrungskasse. Oh, ja, das Ding bist du da rein gekommen. Ja, gute Nacht. Okay, lass dir erstmal Zeit, lass dir erstmal das vordere Stück. Ja. Oder legst du vielleicht, sogar hier drauf vielleicht, dass du es hier drauf legst. Ja, verkratzen kann er jetzt nichts. Und jetzt probieren wir das mal in Einzelstücken hier runter zu ziehen. Ja, so sieht es gut aus. Dann ist was quergestellt. Der ist auch noch da. Oh, jo, jo. Ist die Maffe drauf? Ah, das ist ja brutal. Ja, so viel Kabel auf einem Haufen. Also der Einbau ist ein bisschen schwerer als der Einbauch. Ja, ich ziehe es erstmal wieder ein bisschen hinter. Ja. Und da tue ich es auch ein bisschen hinterziehen. Okay. Und weiter geht's. Du musst immer nur schauen, dass du, ja, möglichst hier immer so ein bisschen was nachschauen. Ja, wenn du es nicht überall denken würdest, dann ist es gefährlich. So, jetzt werde ich ein bisschen wieder mit beiden Händen mithelfen und dann schauen wir mal, wenn der Kabelbaum drin ist, wie es aussieht. Auf der Beifahrerseite sieht es jetzt schon ein bisschen mehr nach geordnetem Kabelbaum aus. Hier sind schon die Anschlüsse fertig zum Anstecken. Die Steuergeräte sind also schon oben an der Großerie befestigenden Haltung und der Kabelbaum läuft jetzt schon an der richtigen Stelle hinter dem Heizungskasten auf die Beifahrerseite. Ja, und du bist gerade mitten dabei, noch die linke Seite fertig zu machen. Ja, die Fahrerseite. Kofferraum habe ich schon fertig, Motorraum auch schon. Ja, und jetzt geht es noch hier um die Front. Ja, also das ist wieder ein Tag später geworden als gedacht. Wir haben nämlich noch eine Kleinigkeit machen müssen, was nicht vorgesehen war. Hier unten ist nämlich das Modul vom Check Control, was der M3 hat. Und da war natürlich wieder kein Gewinde vorhanden. Das heißt, du musst noch zwei Gewinde hier unten drunter noch einsetzen. Und das war jetzt wieder etwas schlecht zu erreichen, bevor wir das dann eingebaut haben. Aber jetzt hängt auch das Modul hier unten drin. Und jetzt irgendwann mal werden wir anfangen können, auch die ganzen Kabelbäume so zu verkleiden wie hier drüben. Wir haben es nämlich schon ein klein wenig eingewickelt. Hier die schwarze Stelle hier. Das meinst du. Ja, genau. Das heißt, die werden dann die alle schön, die was sie jetzt offen noch da liegen, so schwarz verpacken, dass man auch wirklich dann keine Probleme hat mit Hitze oder dass man auch alles beschädigt, wenn die dann nicht eingebaut sind. Ja, so, es geht weiter. Ihr seht, wir haben auch noch den Heizungskasten auch ausgebaut, der muss vier Schrauben. Und jetzt kommen wir langsam in die Endphase. Das ist echt jede Menge Arbeit, ne? Das war ja das, wo wir auch am meisten uns gedacht haben, das wird das Heftigste. Ja, da geht schon weiter mit dem nächsten Halter. Alles unter dem Avationenbrett. Wir befinden uns jetzt an den letzten Zügen des Einbaus vom Kabelbaum. Jetzt geht es eigentlich nur noch um so unwichtige Sachen wie hier die Schminkspiegel. Dieser Kabelbaum, der hier rüber geht zu den Sonnenblenden. Und den könnte man theoretisch auch, wie man sieht, da geht es ziemlich lang, rausnehmen, also einfach raustrennen, wenn man einfach ein reines Ringtool machen will oder ein reines Sportfahrzeug, um ein bisschen Gewicht noch zu sparen. Aber nicht nur dieses bisschen, was da ist, es geht auch um ganz andere Kabelball, mit denen man auch raustrennen könnte. Auf der Hutablage vor allem. Die haben wir jetzt im Grunde durchgelegt, ja? Ja, hier sieht man die. Das ist auch das Wichtigste hier von der dritten Bremsleuchte. Das muss noch dranbleiben, ne? Ja, das muss noch dranbleiben. Aber sonst hier diese Antennenverstärker, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Könnte man alles weglassen. Hier hinten im Kofferraum. Ja, das ist so ein riesen Pulk an Kabel. Kannst du mal sagen, einer von den beiden ist es, der nur die Lautsprecher und so weiter angeht. Der ist noch nicht ganz verkleidet jetzt. Ich denke, jetzt vielleicht einer von den beiden hier. Ja, und das könnte man also zurückverfolgen und wirklich dann fast den ganzen Strang sich einsparen, weil im Hinterbereich wirklich nur so Kleinigkeiten sind wie die Beleuchtung, die man unbedingt braucht. Aber hier alles, was hier in den C-Säulen sitzt, kann man theoretisch alles weglassen. Dann eben die ganzen Kabelbaum von den Lautsprechern. Das ist ein ganz schöner, dicker Packen. Also das kann man sich natürlich dann so zurecht suchen. Die Klimaanlage auch, ne? Ja, das ist das Nächste. Die Klimaanlage könnte man natürlich auch rausbauen. Also wir haben jetzt aber extra gesagt, wir lassen den Kabelbaum ganz original. Wir machen da überhaupt nichts und hauen einfach nur die Teile raus, die wir nicht anschließen. Das bleibt also eh nicht mehr viel übrig und der Rest von Kabelbaum bleibt original. Die Heckklappe ist jetzt wieder ans Auto dran gekommen. Allerdings noch nicht ganz festgezogen, was die Schrauben angeht. Hier drüben sind es ja drei Schrauben. Eine hier, eine in der Mitte, eine ganz vorne. Und die ist jetzt einfach nur mal lose befestigt, weil wir natürlich jetzt erst mal das Spaltmaß und die Höhe vor allem von der Heckklappe auch einstellen müssen. In der Zwischenzeit hast du vorher aber schon hier den Kabelbaum eingebaut. Den Kabelbaum, ja. Die geht ja hier durch. Das heißt, hier haben wir jetzt auch schon eine kleine extra Isolierung gemacht, dass die Kabel nicht so ausschauen wie hier, sondern dass die einfach sauber verlegt sind. Und dann gehen die hier rein in die Heckklappe. Ja, das waren insgesamt fünf Stecker. Die habe ich hier mit dem Kabelbinder alle zusammen festgemacht und dann hier durch das Loch hier durch und hier nach oben durchgezogen mit dem Kabelbinder. Ah, das ist gut, ja. Ja, gute Idee. Sonst wird es ein bisschen problematisch, das alles durchzubekommen, gell? Ja, das ging nicht sonst. Okay, aber das ist eine gute Idee zumindest. Kleiner Tipp. Also einfach festmachen, Kabelbinder und dann kann man es hier durch dieses Loch durchschieben, den ganzen Kabelstagen und dann irgendwo hier oben wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich dann entgegennehmen, gell? Da, wo wieder eine große Lücke ist. Jetzt ist natürlich auch schon die Verkleidung drauf, die lassen wir auch wieder dran. Ein paar Sachen wollen wir im Auto doch noch drin haben, damit das Auto nicht komplett leer ist, gell? Verstellt, ja. Und es sind auch nur die drei Anschlüsse, das ist einfach nur hier der Lichtschalter hier oben. Und dann kannst du ein bisschen zuklappen, genau, da sieht man hier noch die Kennzeichenleuchten. Und ZV war das. Ja, genau, ZV, das ist noch die letzte Stelle, dass man noch anklemmen muss. Und jetzt versuchst du mal ganz langsam die Heckklappe mal zuzumachen. Aber ich gehe davon aus, die wird jetzt natürlich noch nicht passen. Ja, man sieht es auch hier. Hier sieht man es schon eindeutig zu tief. Auf der anderen Seite wird man es noch besser sehen von der Kamera aus. Ja, hier sieht man es richtig gut. Also, was wir auf jeden Fall schon mal sehen, es muss die vorderste Schrauben müssen ein bisschen höher. Ja, und das ist jetzt halt ein bisschen Geduldsspiel. Das heißt, ein paar Mal probieren. Irgendwann hat man dann schon so die Einstellung, dass es passen könnte. Man kann natürlich jetzt auch, in unserem Fall war die Heckklappe ja vorher auf dem Unfallfahrzeug montiert. Da haben wir jetzt hier nichts verändert. Das heißt, eigentlich müsste die Heckklappe an dieser Position, wo jetzt das Scharnier festgemacht ist, eigentlich weiterhin so verwendet werden können. Wenn dann natürlich hier auch was nicht stimmt, ja gut, da muss man natürlich nochmal die schrauben. Also, eine befindet sich hier unten, eine befindet sich hier oben. Auch nochmal locker machen, da kann man es auch hier nochmal rechts und links ausrichten, dass also auch die Flucht stimmt. Das sehen wir jetzt gleich als nächstes. Jetzt tun wir das erste Mal hier die hintersten Schrauben ein bisschen locker machen. Dann ein bisschen hochziehen und dann probieren wir es gleich nochmal, wie es dann ausschaut. Jetzt haben wir es schon mal ein paar Mal herumprobiert und ich glaube, jetzt müsste das auch passen. Jetzt haben wir nämlich die Haube vor allem hier vorne noch einiges weiter nach oben gestellt und bei dir drüben das Gleiche. Und jetzt kannst du einfach mit dem Finger einfach mal rüber gehen und schauen, ob das eigentlich schön gleichmäßig übergeht oder auf irgendeine Stelle. Man sieht auch von der Optik her, dass die jetzt hinten nicht mehr runterknickt. Dann gibt es natürlich noch ein paar Stellen hier hinten, wo man auf jeden Fall nachschauen muss. Nämlich hier genau diese Stelle, wenn die Klappe natürlich zweit nach hinten steht, dann kann man sie natürlich noch weiter nach vorne stellen oder zweit nach innen. Und eben hier die Kante hier unten, die muss auch passen, da wo die Heckleuchte reinkommt. Das ist alles gerade, oder? Also auf den ersten Blick, ich meine, du fühlst es jetzt gerade, aber ich sehe es auf dem Optischen, würde ich sagen, passt. Auch hier unten, ganz wichtig, hier der Spoiler, der sollte nicht hinten am Seitenteil ankommen, sondern hat natürlich gleich wieder alles hier verkratzt. Auch hier hat man ein bisschen Platz, also die darf nicht zu tief eingestellt sein. Und hier drüben auf der anderen Seite muss es natürlich dann auch möglichst identisch aussehen, was die Spaltmaße angeht. Da kannst du auch mal nochmal testen. Sieht auch gut aus. Ja, alles gut aus. Das ist der Staub von unserem Palau, der Rumpstehen von unserem M3. Ja, der steht schon ein halbes Jahr. Ja, das hat sich jetzt was gesammelt. Und hier oben natürlich auch der Staub. Und hier die Ecke ist, sieht auch gut aus. Also die können wir auf jeden Fall so lassen. Machst du nochmal die Haube nochmal auf? Die Haube ist gut, die Klappe wird ja gesagt. Klappe. Was wir nämlich noch am Schluss gemacht haben, die Schrauben dann wieder etwas mit Lack. Mit Lackversing, ja. Damit also da optisch es auch gut aussieht und an Metallteilen kein Rost entstehen kann. Ja, das ist eigentlich jetzt auch erledigt. Jetzt können wir die Lenksäule eigentlich einbauen. Jetzt kommt die Lenksäule noch dran und dann eben noch unser Heizkasten. Ja, da drin ist jetzt eigentlich alles soweit fertig, was den Kabelraum angeht. Hier wird nur noch hier ein bisschen was isoliert. Hier in der Mitte ist schon fertig isoliert. Auch hier vorne, wo der Heizkasten reinkommt, ist es schon fertig. Ja, und wenn das jetzt alles soweit fertig isoliert ist, können wir dann auch alles einbauen, was uns an Teilen noch fehlt. Die Heizung kann jetzt wieder, der Heizkasten kann wieder eingebaut werden. Das ist ja auch wieder Vorteil, das sind nur vier Schrauben. Und darunter haben wir jetzt schon den Kabelraum soweit vorbereitet, dass da auch nichts verstören kann. Und jetzt kannst du den eigentlich ganz leicht hier vorne reinstecken an der Stelle, wo die Gewinde sind. Ich schau mal, ob sie noch sehen sind nicht. Ich glaube, die muss weiter nach oben. Nach oben? Ja, ich glaube, jetzt ziehe ich gleich. Ah, jetzt da. Ja, auf der einen Seite sieht man schon, auf der anderen Seite sieht man auch schon was. Ja, da sehe ich die Gewinde jetzt. In der Position kannst du einfach mal hängen lassen. Und ich versuche mal von hier aus die Schrauben reinzudrehen. Das waren die? Die Muttern, genau. Vier Stück. Kommst du drin? Ja. Ja, das ist gut. Gut, dass die Frontscheibe draußen ist. Ja, das ist der Vorteil momentan. Wenn die Frontscheibe drin wäre, müsste ich jetzt von außen hier weitermachen. Aber so kannst du den eigentlich leicht halten. Genau. Und die Muttern gleich abstecken. Das ist auch gleich erledigt. Ja, also auch das ist jetzt, wenn man eh schon alles draußen hat, auch kein Problem. Hier hat der Lackierer auch extra noch rausgebaut vom Lackieren. Die vier Muttern abgenommen und dann den Kasten rausgezogen. Dadurch ist er auch bis innen rein lackiert worden. Ja, und die anderen zwei sind ein bisschen unteren Gestänge. Das können wir dann gleich festmachen. Und der letzte Schritt für heute wird es sein, hier dieses Loch hier noch auszufüllen. Da kommt dann noch unsere Lenksäule durch. Ja, aber dann, glaube ich, haben wir für heute genug. Jetzt wieder morgen weiter. Ja, genau. Also das wird das auch das letzte sein. Hier oben kommt dann noch später der Bremskraftverstärker drauf. Das ist aber noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und dann noch Hitzeschutz, ne? Das müsste eigentlich morgen kommen. Da werden wir dann hier unten nämlich einen speziellen Hitzeschutz verbauen. Nicht mehr den Originalen von BMW, sondern so eine goldene Matte, die draufgeklebt wird. So, die letzte. Und dann einfach festziehen. Ich schaue noch von innen rein. Ja, da sind nur noch ein paar Stecker dran. Der blaue hier vorne kommt später. Wichtig sind die zwei. Genau, die sind nämlich versteckt. Ah, das sind die hier gleich, ja. Also die liegen gleich in der richtigen Stelle. Und man sieht hier unten, der Kabelbaum ist auch schon fertig. Das hier unten rum geht. Da kann also auch nichts mehr jetzt im Weg umgehen. Auch hier bis dahinter ist schon alles verkleidet. Das muss noch durchgesteckt werden. Genau, und da ist die Ablauf, die du in der Hand jetzt gerade hältst, der muss noch übergeliebt werden. Also da war noch eine Schelle? Die liegt noch im anderen Auto. Die wird auch noch drauf gesetzt. Und dann kann der Ablauf auch reingestückt werden. Aber erst muss der Kabelbaum dann noch rausgezogen werden. Ja, das heißt gut. Gut. Jetzt geht es weiter mit unserem Hitzeverkleidung. In dem Fall wäre nämlich hier normalerweise ab Berg hier so eine Verkleidung mit einmal Dämmschutz und einmal natürlich auch Hitzeschutz. Die werden wir nicht mehr verbauen. Und die geht nämlich hier entlang, rüber an der Spritzwand bis ganz rechts rüber, von uns aus zu gehen rechts rüber. Und dann aber auch noch runter in den Tunnel. Wir haben aber einfach jetzt mal etwas anderes hergenommen. Du bist schon am Basteln. Ja, Außenausweise heute zeichnen. Ja, heute werden wir nämlich die alte Vorrichtung hernehmen als Schablone. Man sieht, das ist jetzt nur das obere Teil, was hier entlang rüber geht. Und das werden wir jetzt anhand dieser originalen Maße übernehmen auf die goldene Hitzeschutzmatte. Und dann werden wir es einfach ausschneiden. Die ist dann selbstklebend. Und dann können wir schon mal in Fahrtrichtung rechts diese Hitzeschutzmatte wieder einkleben. Und dann werden wir aber auch vorsichtshalber auch hier in dem Bereich hier auch noch einiges reinkleben. Genauso wie auf der Fahrerseite. Also einfach ein bisschen was auskleiden, damit es also zumindest ein klein wenig die Hitze geschützt, dass der Beifahrer ein bisschen geschützt ist vor der Hitze. Ja, und du hast es jetzt schon mal übertragen. Ja. Dann schneiden wir es mal aus. Und vorher eben nochmal ganz wichtig, alles nochmal sauber machen vom Staub her, damit es auch schön klebt. Und dann fangen wir hier in dem Bereich an mit dem Einkleben. Und auf der rechten Seite geht es dann ein bisschen schwerer weiter. Da müssen wir uns natürlich dann auch nochmal erstmal hier ungefähr Muster von da aus zurechtschneiden. Ja, und der Rest, was wir noch übrig haben, wird dann auf jeden Fall Richtung Getriebetunnel reingeklebt. So, jetzt ziehen wir mal die Folie ab und schauen, dass wir die Folie jetzt reinkleben können. Also ausgeschnitten ist es jetzt schon so ungefähr, wie das Originalmuster war. So, gleich. Ja, okay. Vorsicht, die ist, ja, die reist jetzt noch gleich weg. Also, die sind mehrere. Die kann man so einfach abziehen, ich dachte, die haben mehrere Schichten. Also, das ist eine ganze, komplette Folie. Jetzt habe ich einen Versuch, oder? Jetzt muss es eben genau passen, gleich von Anfang an. Am besten über die Mitte, also wo das Loch unten ist. Und dann von dort aus irgendwo rechts oder links entlang verstreifen. Ja, das sieht schon gut aus. Kann ich mal den Kurzen hier fangen? Ja, genau, da kannst du auch anfangen, da drüben. Der Kurzen, genau hier. Der muss ja auch übereinstimmen. Da ist der Zweite. So, und jetzt erst mal ausrichten. Und dann, wenn es ausgerichtet ist, dann langsam fest drücken. In Fahrtrichtung rechts hat sich jetzt wieder einiges getan. Hier unter dem Kühlwasserbehälter ist auch der Aktivkohlefilter schon eingebaut. Mit, hier unten auch mit dem Ablauf. Der befindet sich im Rathaus hier. Geht von hier unten, hier sieht man jetzt raus, in diese Richtung hier. Der ist montiert. Der Kühlwasserbehälter ist auch angeschlossen. Auch hier sogar schon der Niveauschalter ist schon montiert, angeschlossen mit der Elektrik. Und das Batterie-Plus-Kabel ist dauerhaft auch schon befestigt. Da muss man jetzt nichts mehr machen. Da die goldene Hitzeschutzfolie ist auf beiden Seiten weitestgehend schon montiert. Also nur noch auf eine Stelle fehlt es noch ein bisschen was. Das wird dann auch noch gemacht. Aber jetzt endlich kommt der Zeitpunkt, dass wir endlich mal die Lenkshäule wieder einbauen können. Jetzt versuchst du mal. Ich halte mal hier von hier aus gegen, dass wir die hier durch dieses Loch durchbekommen. Ich halte mal, ich schaue mal, ob du sie... Genau, ich habe sie schon. Jawohl, jetzt langsam geradeaus durch. Warte. So, Vorsicht. Ich muss mal kurz... Das ist das Gefährliche. Okay. Aber die kommt langsam durch. Genau, du schaust mir den Kabel nach, dass da nichts irgendwie mit reingezwickt wird. Jetzt müssen sie noch richtig rum montieren, dass der Hebel vom Gaspedal in der richtigen Position ist. Und dann natürlich auch die Gewinne noch ausrichten. Genau, noch kann man alles verstellen. So, aber jetzt kommt er wieder ein Stückchen weiter. Und das muss dieses Ding hier auch noch in der Mitte durch. Okay. Sieht's gut aus? Ja, jetzt hole ich noch die zwei Muttern. Okay. Das wir auch noch ein bisschen nach hinten ziehen hier an der Stelle. Das kommt noch in den Innenraum. Und gleich schauen wir auch mal innen drin nach, wie die Lenksäule innen anliegt. Aber zumindest sieht man auch hier schon mal. Die Verbindung Richtung Lenkgetriebe ist auch schon da. Das heißt, später dann werden wir das erst dann einhängen, wenn der Motor eingebaut ist. So lange bleibt die jetzt erstmal lose. Und jetzt wird erstmal da drin die Lenksäule montiert. Ja, das Lenker hat jetzt zum ersten Mal in der neuen Karusse Platz genommen. Die Säule ist zwar jetzt so nicht ganz montiert an der Karusserie. Man sieht hier fehlt noch die Verbindung. Genau, da kannst du es noch schön bewegen, rauf und runter. Aber auch das wird jetzt gleich gemacht. Vorher ist aber jetzt schon mal der elektrische Anschluss von der Lenksäule wieder hergestellt worden. Das heißt, hier unten, genau, das ist dieses Paket, das was hier an der Lenksäule auch wieder eingehängt wird. Hier an dieser Plastik, genau, an der Umarmantellung kann sie dann wieder festgemacht werden. Das sind drei Stecker. Ja, und der vierte war hier oben. Das ist der, genau, von der oberen, diese kleinen Steuergeräte rum, EBS hier. Also vier sind es jetzt in dem Fall bei uns, weil wir kein Airbag haben. Ansonsten hätten wir jetzt nochmal einen Stecker extra, der aber in dem Fall jetzt nicht benutzt wird. Und dahinter sieht man aber auch noch die nächste Steckerpakete. Von der Klimaanlage. Ja, das ist von der Klimaanlage. Das sind gleich nur zwei, die was hier drin war. Das sind zwei, ja. Gut, also dann hat man eigentlich jetzt hier schon mal... Das Gasperial ist auch schon befestigt. Ja, genau, die Verbindung zwischen den Gestängen und den Gaspedalen wird mit so einem kleinen Halbmond wieder festgemacht. So eine Sicherung, genau, du kannst es... Und der Gasdruck ist auch schon eingehängt, ja? Ja, den kann ich jetzt ein bisschen schlecht filmen, aber vielleicht geht es ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen was sieht, ja. Gasdruck ist eingehängt, ist auch vorne schon in der Korserie drin, im Mutterraum. Und, na ganz wichtig natürlich, hier die zwei Muttern sind nochmal ganz genau nachgezogen worden. Das ist jetzt mal die Vorarbeit. Einstecker hängt jetzt hier noch um. Kannst du dir kurz mal zeigen? Ich kann es jetzt gerade schlechthin. Der hier? Ja, genau, das ist der von... In der Bremse, ne? Genau, vom Bremslichtschalter. Genau, vom Bremslichtschalter. Wenn der jetzt hier irgendwo oben drin wäre, könnte man denken, er kommt zur Instrumentenkombi. Aber der bleibt also wirklich im unterm Bereich. Nämlich nur das, was du jetzt hier in der Hand hältst, das ist jetzt zum Instrumentenkombi. Drei sind es, ja. Genau, die kommen dann ans Kombi später ran. Und dieser eine Stecker bleibt hier unten in der Bereich, wo dann die Pedalerie reinkommt. Das hier links, was von uns hängt, das ist dann später für die ganzen Lichtschalter und für die Leuchtweitenverstellung, das ist alles hier drüben. Aber das war jetzt auch schon so ziemlich alles, was den Steckern hier in dem Bereich... Da ist noch ein weißer, sehe ich noch, da drüben. Von dem Dach. Ach, das ist vom Dach. Ja, das ist der, was du schon gehabt hast. Also der gehört auch zu dem mittleren Teil dazu. Ja, und jetzt haben wir eben noch, wie gesagt schon, wir müssen jetzt die Verbindung wieder zur Kausseicherstellen von der Lenkung. Dazu haben wir natürlich die Lenksolle etwas tiefer gelegt. Und da kannst du kurz mal in die Kamera zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Wir haben jetzt eine lange Imbusschraube, ein paar Beilagscheiben. Und dann kommt oben diese Plastikführung hier am Lenkrad direkt dran. Den können wir jetzt gleich mal einbauen. Gut, dann wird die Plastikführung hier reingeführt. Und jetzt muss man aufpassen, sonst fällt die Schraube natürlich gleich runter und auch die ganzen Distanzhülsen. Jetzt müsstest du schauen, ob du unten das Gewinde hier... Hier kann man es natürlich gut sehen, aber ich glaube, du bist schon richtig. Bisschen weiter zu mir links. Ja, zu mir links. Und jetzt versuchen wir zu drehen. Weil die Mutter ist frei beweglich oben drin. Und man muss eigentlich nur einmal treffen. Und dann kann man sie schon mal anpacken lassen. Wenn sie einmal gezogen hat, dann kann da auch nichts mehr runterfallen. Ich glaube, die hat auch schon ein bisschen... Ein wenig, ja. Ja, ja, das sieht gut aus. Die hat schon gezogen. Nicht zu weit hoch, du musst ja noch die zweite einhängen. Und das gleiche jetzt noch mal auf der anderen Seite. Dazu stehe ich mal jetzt hier auf. Jetzt auf der rechten Seite kann man auch schon mitfüllen, wie die Schraube jetzt festgezogen wird an der Karosserie und an dem Rohr. Die Schrauben sehen ab Werk ganz anders aus. Ja, das sind eben Abwerk-Abreisschrauben. Das heißt, die kann man jetzt nicht einfach so aufmachen. Da muss man wirklich mit Meißel unten reinhauen, bis man die aufnahrt. Dadurch, dass wir die einfach tiefer gelegt haben. Die Längsäule ist natürlich jetzt ganz einfach mit Abreisschrauben festgemacht. Und vorher haben wir natürlich hier noch dieses Rohr fest befestigt an der Karosserie. Einmal hier unten. Dann oben in der Mitte sind zwei kurze Schrauben hier an der Stelle. Und da drüben bei einem Lautsprecher ist noch eine Schraube. Das ist das letzte Teil von dem Rohr. Das muss man natürlich vorher noch einbauen. Jetzt ist mir meiner umgefallen. Und jetzt kannst du auch noch mal schauen, ob die Längsäulenverstellung, also die Hühnverstellung zumindest funktioniert. Das heißt, jetzt ist es sehr fest. Genau, das muss dich auch gut einrasten. Und jetzt einfach mal rauf und runter. Aber mehr geht ja nicht. Tiefer. Ja, für uns ist wichtig die tiefste Position. Beim Fahren ist es am besten so. Also ist die Längsäule auch schon drin. Ja. Das Schlimmste wäre erledigt. Der Kabelbaum ist eingebaut. Und im nächsten Video geht es weiter mit dem Einbau vom Fensterheber und dem Türschloss.